So, da bin ich wieder, mitten im Leben sozusagen. Und ich habe euch hier was vorbereitet, nämlich ein neues Video zur Aussprache des modernen Hochchinesischen. Und bevor ich zu den anlautenden Auslauten komme und deren individuellen Aussprache, wollte ich erstmal auf die Tonhöhen eingehen. Die hatte ich im Einführungsvideo ja schon angesprochen. Und ich wollte jetzt nochmal Besonderheiten, nämlich das Tonsandi, ansprechen. Okay, also, das Ganze heißt, die Tonhöhen im modernen Hochchinesisch. Punkt 1, Tonsandi. Es gibt auch nur einen Punkt. Gut. Manche Zeichen oder Silben ändern in bestimmten Fällen ihre Tonhöhe. Man bezeichnet dies als Tonsandi. Der Begriff Sandi kommt aus dem Sanskrit. Und das bedeutet eigentlich, ja, eine Ablautung oder eine Abschwächung. Und zwar tritt ein Sandi auf, wenn man einen Wortstamm hat und da vor ein Präfix gestellt wird und dieses Präfix dann den Anlaut des Wortstammes verändert. Und solche Veränderungen gibt es halt auch im Chinesischen, da aber mit den Tonhöhen. Und da habe ich einmal das bekannteste Beispiel hier als Beispiel 1 rausgesucht. Zwei dritte Töne folgen aufeinander. Dann habe ich hier VV, also zwei dritte Töne. Und die lauten dann um und werden zu einem zweiten Ton plus einem dritten Ton. Also wird aus dem Wort Ideal Li Xiang und nicht Li Xiang. Li Xiang. Zwei, drei, Li Xiang. Die erste Silbe geht also in den zweiten Ton über. So. Jetzt muss ich mal an Höhe verlieren. Moment. Moment. Gut. Die erste Silbe geht in den zweiten Ton. Bei einer Abfolge mehrerer dritter Töne ist jede zweite Silbe in den zweiten Ton zu setzen. Die letzte allerdings muss dann im dritten Ton stehen. Das heißt also, bevor man spricht, muss man eigentlich schon wissen, wo die dritten Töne sind. Beziehungsweise wo die Häufung von dritten Tönen ist, damit man dann entsprechend jede zweite Silbe richtig in den zweiten Ton setzen kann. Ich habe da mal ein Beispiel gemacht aus einer Abfolge von vier dritten Tönen. Vorne habe ich das Schema. Falls es dreimal der dritte Ton wäre, drei, drei, drei. Das wird dann zu drei, zwei, drei. So, dass der letzte dieser dritten Töne halt wieder im dritten Ton steht. Und dann habe ich hier hinter einem Satz, dessen erste vier Zeichen O, Siang, Mai und Bi. Alle jeweils im dritten sind. Und wenn wir dann davon ausgehen, dass der letzte Ton dieser Reihe im dritten Ton bleiben muss, also Bi, dann wird der vorhergehende in den zweiten gesetzt, Mai. Der davorstehende bleibt im dritten, ist Siang. Und der davorstehende wird auch wieder in den zweiten Ton gesetzt, Wo. Also wird das insgesamt zu Wo, Siang, Mai, Bi, Zi, Ben. Ich möchte einen Notizblock kaufen oder auch ein Notebook. Also das Wort Bi, Zi, Ben bezeichnet sowohl den Papiernotizblock als auch das elektronische Gerät. So, das ist das erste Beispiel und die erste Regel. Also bei einer Abfolge von dritten Tönen bleibt der letzte Ton einer Dreiertonreihe im dritten Ton. Und davon muss abgezählt werden, jeder zweite Ton, der davor dann folgt, wird jeweils in den zweiten Ton gesetzt. So, Beispiel 2. Ich hoffe, das passt hier. Nein, tatsächlich nicht. Moment. Machen wir das mal so ungefähr. Ähm, Beispiel 2. Die Negation Bu nimmt den zweiten Ton an, wenn auf sie ein vierter Ton folgt. Da habe ich einen normalen Beispielsatz gemacht. Wo, Bu, Gi, Dao. Ich weiß nicht. Und mit Tonsandi. Bu, Zu. Es ist Zu hier. Heißt falsch oder Fehler. Und wenn man irgendwie sagen will, hey, nicht übel oder nicht schlecht, dann sagt man Bu, Zu. Und um halt diesen Fehler zu verneinen, wird die Silbe Bu eingesetzt oder verwendet, die dann aber ihrerseits wegen des vierten Tons im zweiten Ton gelesen wird. Also statt dem Bu, im Wo, Bu, Gi, Dao, wird daraus ein Bu wie in Bu, Zu. Nicht schlecht oder nicht übel. So, und dann kommt der dritte Fall oder das dritte Beispiel. Oh, wunderbar. Das kann ich sogar so ablegen. Das ist das Zahlwort 1. Und das ist ein bisschen komplexer. Das Zahlwort für 1, I, ändert seine Tonhöhe nach Kontext. Beim Zählen und als Originalzahl wird es im ersten Ton gelesen. Wenn ich zum Beispiel sage 1, 2, 3, i, er, san. Oder wenn ich sagen will, das erste Mal. Di, i, ci. Das erste Mal. Okay. Vor einem vierten Ton wird dann das Zahlwort 1 im zweiten Ton gelesen. Da haben wir hier das Zählwort Liang für Fahrzeuge und hier das Zählwort kuai für so kleine Brocken oder Stückchen oder für Münzen. Und da jeweils die Beispiele i, liang, ci, che oder i, kuai, qian. Also erstes, i, liang, ci, che ist ein Auto. Liang ist das Zähleinheitswort für Fahrzeuge und ci, che das Auto. Und danach i, kuai, ciän. Das ist halt so ein kuai. Kuai ist die umgangssprachliche Bezeichnung für den Yuan, also die chinesische Währung. Das ist dann so eine Mark in Anführungsstrichen oder oh, entschuldigung, politisch inkorrekt, ein Euro. Also i, kuai, ciän ist halt so ein kuai oder ein Yuan. So. Und dann gibt es noch den sogenannten jeden anderen Fall. Das ist, wenn nicht gezählt wird und wenn die danach folgende Silbe nicht im vierten Ton steht, das heißt also, die nachfolgende Silbe ist entweder im ersten, im zweiten oder im dritten Ton, dann wird das Zahlwort 1 im vierten Ton gelesen. Da habe ich zwei Beispiele gemacht und ein drittes Beispiel, das irgendwie falsch ist, da wollte ich nur besonders cool sein und eine Redewendung einbringen, aber habe es irgendwie voll verbauert. Machen wir erstmal die richtigen Beispiele. i, ci, i, ci, das heißt zusammen oder gemeinsam und das ci steht im dritten Ton und deswegen wird das Zahlwort für 1 im vierten gelesen. i, ci, so, dann haben wir hier noch einen Fall, auch mit einem dritten Ton dahinter, aber ich hätte auch jeden anderen außer dem vierten nehmen können. Ein Buch. i, b, n, schu, i, b, n, schu, also ein Buch. Das bn ist hier ein Zähleinheitswort für, ja, für Bücher oder für gebundene Gegenstände. So, und dann habe ich hier noch ein Beispiel. Bei wən bu ru i jian. Bei wən bu ru i jian. Wie wir sehen, ist es jian. Hier im vierten Ton, das heißt also, das davor stehende Zahlwort 1 wird im zweiten Ton gelesen, I. Und wir haben dann hier noch das Zeichen zur Negation, Bu. Das steht hier vor einem zweiten Ton, Ru. Und macht deshalb kein Tonsandi mit. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich Bu im vierten und dahinter Ru im zweiten. Genau. Eigentlich wollte ich da ein Beispiel noch für I im vierten Ton bringen, aber da habe ich mich irgendwie verkalkuliert und habe dann die Redewendung eingebracht. Bei Wen, hundertmal hören, Bu, Ru, nicht so gut sein oder nicht gleich sein oder nicht entsprechend, Yijian, einmal sehen. Das heißt also, wenn man eine Sache hundertmal hört, dann ist es noch lange nicht so gut, als wenn man es mit eigenen Augen gesehen hat. Gut, das war das Blatt zum Thema Tonsandi im Chinesischen. Das sind die wichtigsten Beispiele. Also zur Wiederholung nochmal, Beispiel 1 sind dritte Töne, die aufeinander folgen. Wenn man eine Reihe von dritten Tönen hat, muss der letzte Ton der Reihe im dritten Ton stehen. Also immer so, dass eine Reihe im dritten Ton abgeschlossen wird, aber davor jede zweite Silbe den zweiten Ton annimmt, wenn sie ursprünglich den dritten Ton hatte. Das zweite Beispiel ist das Zeichen Bu zur Negation, das ja sehr häufig verwendet wird, weil es Verben und Adjektive negativiert. Und das nimmt den zweiten Ton an, wenn darauf ein vierter Ton folgt. Und das dritte Beispiel ist das Zahlwort für die Zahl 1i, das entweder im ersten, im zweiten oder im vierten Ton gelesen wird. Im ersten beim Zählen oder bei Ordinalzahlen. Im vierten Ton, wenn dahinter irgendein beliebiger Ton steht. Oder im zweiten Ton, wenn darauf ein vierter Ton folgt. So viel zum Thema Tonsandi im Chinesischen. Ich mache dann beim nächsten Mal weiter mit Anlauten.